einen wunderschönen guten morgen mittag oder abend und willkommen zurück zu killing floor wir spielen noch ein röntgen für euch einen wunderschönen samstagabend jahe ok ready up itc on the run oh cool ich hab ein blitz eingeschlagen das war ich beim spawn links rechts geradeaus hier ist ganz cool das feuer da du spons ich spiel survivalist du sponsor random toasty time ich liebe diesen bastard boah junge und die modul mit deinen ping-servern du bist der creme de la creme ja der leckt schon ein bisschen junge der leck war aber gerade wirklich gut ich konnte ja ich konnte ja normal laufen während die set time angezeigt ja 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 aber steht ja aber der ping ist nicht ganz so heftig wie beim projekt ja fast 300 junge nintendo hat wahrscheinlich 800 ja nintendo hat ja schon gar nicht mehr an versucht ping anzuzeigen bei den servern hatten ja damals bei der wii nur fünf verschieden farbige punkte die alles angezeigt haben hey sebi räumt ab er hat mich auch allein gelassen deswegen musste uns doch nicht alle kills klauen das ist immer schön ich schließe das bild jetzt von der wand ja dann wieder kein zwangern scheiße man um geld zu sammeln muss ich aber erst mal die blöde feuerschratze wird natürlich durch keinen meiner perk boni geboostet das behindertste was sie mir hätten geben können als startwaffe fickt euch doch äh jo so dancing queen naja wie geil der zweihänder auf englisch auch wirklich zweihander heißt zwei haben ja die kennen ja die kennen ja keine umlaute die kennen kein er oder so der heißt zweihander oh munition nein die ist verschwunden ja zeit ist um gewesen haben sich die locations von dem scheiß resettet ohne meins fucking bambi amo noch mehr ja warte bis mal meine full equip habe Ich mein Full Equip Ja Denn Full Equip ist nicht epic Was ist los hier? Ich kann nicht, aber beam ich Ach du Scheiße Das Emote ist ja Ein Third Person, das seh ich ja jetzt erst Nachdem ich's Nach der letzten Session eingestellt habe Seh ich jetzt erst, dass dieses Oh Gott, er schmeißt die Waffe dann wirklich Hoch und danst? Mach ich auch immer Why not? Nee, er schmeißt sie nicht weg Das war eben was anderes Was hier durch die Luft geflogen ist Oh, was liegt denn da? Gratis MP7 Why not? Da, fick dich Im Fall noch Ah Hey Mann Ich sag's dir, ich werd Irgendwann Einfach eine gerichtliche Verfügung Gegen diese blöden Mistviecher einreichen Get it? Weil man eine einstweilige gegen Stalker einreichen kann Was ist das letzte Vieh? Zu kompliziert? Okay Was ist das letzte Vieh? Don't know! Bei mir! Ja, ja Oh, 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 oh Oh, oh Narf Das hat mich einfach gerade erschreckt, das Vieh Ja, ich lauf hier einfach rum und such irgendwie Geldquellen oder so Geldquellen Scheiß auf Zombies, so, nein Geldquellen Ich lauf hier den Laufhin, scheiße Da, die da Alter, wie war denn fern ich die Kacke? Kacke, 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 kacke Ach, schön, das Bett So Das kann weg Das kann weg Auf weg Was will ich Auffüllen Autofüllen Check Scheiße Wir sind fast aus der Zeit. Mach deine Wahl. Und zwar geht es darum, dass es in Pokémon Rot, Blau und Gelb, also die Spiele, die man betragen kann, auch da mit Pokémon, drei IVs hatten und jetzt gibt es ja sechs IVs. Woo-woo. Und dann ist denen jetzt aufgefallen, so ein Motto, oh fuck. Ja, toll. GG, Game Freak. GG, ja, damals konntest du die Viecher von Rot, Blau, Gelb auch hoch traden in Dingens. Ja, ich rede auch nicht. Boah, Junge, der Survivalist hat im Gegensatz zum Ganslinger ja einen Mörderrückstoß mit der Deagle. Und der Klott ist echt so muschi, der hat versucht nach mir zu greifen und hat sich auf die Fresse gelegt. Möchte grad nix kommen. Aber ich hab meinen Spaß hier in meinem Porno-Killer mit den Viechern. Nicht so viel Spaß wie du offensichtlich. Oh, hi. Fuck, fuck, fuck. Gesehen, Bitch. Gesehen, Bitch. Ich hab den gerade echt geklaut, Timo. Der wollte sich in die Luft sprengen. Ich hab dich gerettet. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er das macht, auf normal, aber ich hab dich gerettet. Ah. Timo, als ich letztens mal wieder meinen Best-Dorf angeguckt hab von Alien Isolation, hast du gesehen, dass es einen neuen Alien-Film geben wird? Ja. Ja, da war was. Prometheus ist vor Sitzung. Die vernaschen Leute im Duschen. Ja, 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 ja. Ist ja auch überhaupt nicht, äh... Also... Hm. Nicht schon da gewesen. Ich hoffe, dass er wirklich mehr in die Richtung von den originalen Alien-Filmen geht. Also, ja, bin mal gespannt. Vielleicht gibt's ja auch ein neues Alien-Spiel wieder. Vielleicht. Alien Isolation 2. Was krieg ich? Warte. Wer weiß. Commando Gunslinger Swart Weapons. Ach, man, man kann ja nicht alles haben. An Alien Isolation 2. Ich glaub, da hätten wir doch alle eine Menge Spaß damit. Voll mich. Vor allem, du. Ja. Ich kann mich wieder nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Hecken sie den Aufzug. Hecken sie den Aufzug, so. Komm. Vielleicht sollten wir mal anfangen, bisschen zusammen zu bleiben, oder? Ja, find ich besser. Dann krieg ich mit Kills. Weil normal läuft man Solo herum. Ah, fick dich doch. Ich brauch Zeug, ey. Ist ja peinlich hier. So, folg dem Roten. Genau. Folg dem Blut. Ah, das braucht jetzt gerade zwei Kurven, denn es nutzt sowieso wieder Lost in Time. Ich bin hinterlos. Nein. Nein. Hallo. So, Jungs. Hier, schön auf den Hof und gib dem Vieh. Nicht schreien, Bitch. Meine schöne Granate. Get out of my way. Get out of my way. Wow, jetzt leckt es aber wirklich. Ja. Kacke. Leute, das liegt nicht an eurem PC oder sonst irgendwas und auch nicht an meiner Aufnahme. Der Server ist vollkommen überfordert. Siren down. Wollte ich auch hoffen, ey. Aber der Fette, der ist so behindert. Das ist der Husk, der im Fenster steht. Ja, alles klar, er sprengt sich in die Luft. Nein, ich habe ihn gerade abgeschossen. Von hinten. Also hast du die Tanks getroffen? Anscheinend. Okay. Weil er hat sich echt, er hat sich echt wieder so hingekniet, wenn er das macht und dann so die Waffe auf den Boden haut. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden, dann jagt er sich damit selbst in die Luft und macht so ein bisschen Harakiri. Ich bin Ritter kaputt, wir haben mal. Ich bin Ritter kaputt gemacht. Ich bin Ritter kaputt. Ich bin Mr. Ritter kaputt. Oh Gott. Beam mich. Er kommt darauf nicht klar, wenn Kollisionen da sind. Sprich, ich renne in einen von euch rein dann. Und weg ist es richtig wert. So komm. Ich brauche mehr Geld. Ich brauche mehr Munition. Hey, das geht doch nicht an. Lutz hat mich überholt, der Arsch. So. Just keep running. Just keep running. Das kann ich hier wenigstens ein bisschen Spray and Pray machen. Ich brauche ein bisschen besseren Platz als da draußen. Das hat mir gefallen. Ich würde sagen, aber dann, wir müssen jetzt mal hoffen, dass der Server, auf dem wir hier gerade sind, dass der sich nicht wieder verabschiedet. Ey, zum dritten Mal! Zum dritten Mal habe ich was gesehen, was ich einsammeln will. Ich renne da hin und dann ist die scheiß Zeit. Oh Mann. Der Server mag mich überhaupt nicht. Jawohl. Viecher vor mir. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Fick dich doch, Alter. Oh, schon kaputt. Was hier? Ich höre da irgendwas. Oh, klapp ich. Klapp ich. Jawohl. Ey, Mann, kann dieses Bücher starten da aber noch. Scheiße, Mann. Wir werden überrannt von sich portenden Viechern. Ist doch behindert. Ich zähle das dann mal als vier. cul Klapp sie. Bambis. Hi. What? Ein Scrake? Scheiße, wir sind schon Welle 5. Crap, Alter, wir sind schon Welle 5. Scheiße, ich habe verletzt. Hinter dir. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, freak. Oh, fuck, ich selber nicht. Oh, Moni, der. Geil. Da habe ich schon deine Hand. Ha. Was ist das, dass du dich schaufelst? Tch. Oh, ja, was ist das? Oh, ja, geile Situation heute auf der Arbeit. Ich bin ins Büro gegangen, wollte diesen überdimensionalen Staubwedel holen, um Staub an der Decke zu entfernen und lang in den Schrank rein und das Erste, was mir entgegenkommt, war eine Klobürste. Top Sache. Ich habe dann nur gesagt, das ist nicht der Staubwedel, den ich gesucht habe. So, fuck. Deine Shit. Warum ist das Katana eigentlich noch nicht bei mir zu Favoriten hinzugefügt? Drauf geschickt. So, hier, komm. Ich brauche jetzt mal eine Nahkampfwaffe. Ich verdiene echt zu wenig Asche. Ich auch. Ja, das ist als, also, ich finde als Survivalist, wenn du wirklich Asche verdienen willst, oder beziehungsweise wenn du schnell vorankommen willst, musst du so flexibel, ja, ne, musst du so unglaublich flexibel sein, weil du kannst es dir bei keiner Scheißklasse in der ersten oder zweiten Runde leisten, den Dreck, den du hast, schon zu verkaufen, um dir dickeren Dreck zu kaufen. Das klappt einfach nicht. Und genau den Fehler habe ich gemacht. Ich habe meine, ich habe meine, äh, meine blöde Feuerschratze habe ich verkauft. Ich habe einfach verkauft, um, äh, direkt tolles Zeug zu kriegen. So, woher? Naja, gibt's nicht. Und jetzt habe ich zu wenig Shit, um Geld zu verdienen. Direkt verschissen. Rock, rock, rock. Bis durch. One on one. Ich mache euch alle besser. Ja, Fick dich doch, Alter. Jungs, ist great, ne? Glaubt das, Timo? Äh, nicht nur, nicht mit Katana only. Mach's nicht unnötig spannend. Vergiss es, ich brauche mal, ah, scheiße, ich brauche eher Heilung. Nein! Mach's nicht unnötig spannend. Weißt du, hast du überhaupt auf den geschossen? Nein, ich habe auf den Scrake geschossen. Ja, der bin ich erst zu spät gesehen. Ja, ich habe doch gesagt, Scrake! Dude! Oh, fuck, ich habe keine Munition gleich mehr. Ja, das Problem hatte ich auch. Kaufe ich mir extra schon eine Nahkampfwaffe? Nix ist. Was? Was ne Scheiße. Hey, meine beiden, äh, Dings liegen doch da noch rum, ne? Ja. Ich bin tot. Das kann doch jetzt nicht sein, weißt du? Wir experimentieren hier wie behindert rum auf dem total laggy Server und verrecken auf normal. Das kann doch jetzt nicht sein. Ja, natürlich, natürlich. Ja, Muni, danke schön. Oh mein Gott. Oh, crap. Ja, sie ist Kuli einfach hochgeschossen. Hinter dir. Kommt da so eine Welle aus Bambi, ist einfach aus dem Gully geglupscht. Scheiße. Nein. 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 Ja. Ey, Lutz, der hat dich richtig lieb. Mr. Grumpy! Hinter dir! Wow, Lutz, komm! Double Siren auf dem Balkon. Kacke, Junge. Stalker hinter dir. Da geh ich ne unsichtbare. Scheiß, weg! Was? Scheiß, weg! Oh nein! Sei doch behindert. Da komm, du Sau! Hast du auch ein paar Granaten? Fick dich! Neh mich den Kack hier! Oh, kacke, Alter! Nein, nein, nein! Was rennst du für Kreise um den Drumrum? Scheiße, Mann! Lutz, nur 10 Zombies, komm! So, das wollte ich sagen. Das ist meine Meinung zum Dörber. So, vergiss die Waffen, die da liegen. Die sind leer. Und wo liegen auch noch meine Waffen, die sind voll. Da kommt der... Ja, da, meine. Ja, Lutz trägt zu viel. Wie die Scheife schon kaputt ist. Oh, dude! Yes! Komm, den Rest schaffst du. Sagen, jetzt kannst du... Pass auf den Husk auf. Mach die Sirens zuerst platt. Du sollst bei dem Gelegger auf dem sein. Ach, Spray einfach auf Köpfe. Was verstehst du? Nicht an... Mach die Sirens zuerst platt. Die schreien dich kaputt. Nein! 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 Jetzt gib ihm! Lutz, hinter dir. Reingelegt. Boah, bist du ein Arsch. Bist du ein Arsch. Hauptsache er zielt und zielt und zielt. Man fängt an nachzuladen beim Abdrücken. Also so sehr mauve Headshots muss jetzt auch nicht fixiert sein. Pumpt die um. Na komm schon. Lass doch mal schneller nach. Lutz, ich hab dir gesagt, die sind leer. Nein, da sind sechs Schuss noch drin. Wow, sechs Schuss. Ja, das war's. Das war mal ein kurzer Spaß. Lutz, meine Waffe. Ja, weiter. Hier, könnt ihr haben. Wehe, du gibst mir meine scheiß Knarren nachher nicht. Und, ist da noch was drin? Ja. Das macht's nicht so spannend, sagte er. Ich spiel jetzt erstmal Klavier. Ja, hey! Du, du... Mit was denn? Mit deinem verdammten deutschen Penis? Wow. Okay. Ich hab' ja blau gemacht. Ich hab' ne Steckdose in diesem Haus gefunden. Ich hab' ne Steckdose in diesem Haus gefunden. Ich würd' gerne meine zwei Desert Eagles wiederfinden. Ja, ich hab' doch alle. Ich leg' eure Waffen alle da vorne. Also, ähm... Einmal... Danke, danke. Das will ich... Das will ich... So... Das will ich... Dafür hol' ich Muni! Fick dich, get some Armor! Ich blase die ganzen Bastardviecher bis zum Horizont! Eins... Zwei... Drei Paar! Drum! Triple the fun! We're doing great, Team! Keep watching what I do, alright? Wo ist der hin? Lutz, wo bist du? Achso, ich wollt' grad Muni suchen. Na ja, keine... Ja, sag' ich doch! Zack, ist der weg! Alter! Das ist Lutz... Das ist Lutz Ninja Skill! Willkommen in Killing Floor! Das ist... Das hat only Lutz diesen Skill? Und, äh... Oh cool, ne Manic-Knappe. Ich hab' keine Scheiß Tür zu schweißen, da werd' ich angegriffen. Stirb doch blöde Schlampe, ey! Oh, ich fiel gleich bald. Ja, es wird noch fein. Es wird noch fein. Ah, Muni! Bad badadadadadada. Trotzdem, diese Bambi süchtigen Abflussgully durchgeknallt kamen, ey.. Ganz ehrlich! Hast Foundingi autistic Price. Stell dir mal vor, das wär Hell-on-Erse gewesen. du wirst tot junge wir bräuchten ich kurz hier jeder eine seite und fertig ist das war dual als Feuerball auf dich geil hinter euch Sebi Bewegung ich regele das mit einer Granate kommt natürlich die Schlampe an Fickgranate konzentriert das gesamte Feuer auf das Bambi und wir sollten hier weg ja wir sollten weiterlaufen ich komm ja ich bin ich lebe es gut Alter da sind zwei Sirens die will ich tot sehen wir gehen in die Richtung von Timo ja okay ich das lieber ja 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 lass ihn weg der durch lieber klopp ich mich mit der Siren ja kannst die Siren bitch slapen wenn du willst Tati Tati ne guck mal was hier hinten kommt Timo auch noch ein zweiter ach habt ihr den noch gar nicht gesehen nein nein ich renne weg hier aus dem Fenster durchs Fenster ja wenn ich durchs Fenster anfangen bin ich tot nein das du vollidiot oh scheiße ja tun sie ach ja cool zack tja Flashbound leer guckt mal nach oben guckt nach oben ins Fenster oh oh Gott ja du wehrlicher Bastard ey Feigling Hurensohn Timo nicht das H-Wort das sag ich so gerne beim Killing Floor spielen Alter ey schon wieder alles Geld fast weg und ich bin grad nur aufgefüllt wie soll man so ordentlich Geld verdienen Tja Lutz hast du gar kein Geld mehr? ich hab null alles leer alles leer alles leer uch so Jungs und was schlüpft jetzt? und was schlüpft jetzt? Survivalist Zweihänder Dual Knarren ich mach jetzt DMC ich mach jetzt DMC der kriegt das Ding in die Fresse Warte habt ihr keine Rüstung? nö nein ok ich komm lieber ne Bombe Bambi Bambi 1 und Bambi 15 Magazine drauf Einfach viele da wo die Storm sind wir sollten jetzt echt Also gerade finde ich das jetzt ziemlich praktisch Ja Ja warte bis die uns überrennen Boah Ritter Moni Ah wer hat hier diesen scheiß Set-Time ausgelöst? Ja der Arsch Bist du noch hinter uns? Ich hör euch zumindest noch Moni Bestimmt hole ich mir jetzt die Moni und sterbe ich sehs kommen Bestimmt also Lutz hab ich Oh oh Hilfe Du Horensohn Guts Verrecke Du Bastard Yeah Wo ist Lutz? Ach so der von der Streit hat sich mit deinem Bambi Der spielt Tauzin mit dem Bambi ja Der spielt Tauzin mit dem Bambi ja Weg hier Weg hier Ähm Wow Jungs war bei dir? Hinter dir gerade Ah ne das ist Timo Wo bist du? Lutz das Treppe Da oben und ab so einen Hasskinder Zweck hinter mir Äh kugeln bei dem oder? Aber wenn du Granaten hast schmeiß auch aber Ah geht doch Zack Come on One on one Huren Scheißvieh ich ey Was? Nein nicht die Heilknarre Scheiße Äh Jungs Hilfe 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 Ganz dringend Ja ich bin auch gerade am Verrecken Ja ja Lutz still halt nicht heil dich Lauf 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 hinter die Tür Lass mich hinein Nein Scheiße Scheiße Lauf Sebi lauf Scheiße Timo Wir sind Kacke 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 Überhaupt Ja ich bin gecornert Ich komm hier nicht raus Mann Ich hab da was mitgebracht Wow Jungs wir brauchen Heilung Oh Die hat mich ausgesperrt Die Arschlöcher Wir wussten nicht wo du bist Ich stand da draußen Der Flashboard vor eurer Scheiß Tür Hab mich zum Glück nicht beachtet Und der andere kam von hinten angelaufen Ich und Timo beide aus der Panik Die Tür Scheiße Du warst Du warst Welding Und einfach nur jetzt wohl draußen Lass mich rein Und von uns beiden einfach nur schreien zu Wir konnten dich nicht reinlassen Du warst infiziert Du warst nicht Du warst nicht Fuck Schade Schade Dass der nicht geil ist aus der Kamera Das ist zu begabt Ja Waffen ab Ja Herrlich Ich habe auch zu viel Panik gehabt um meinen blöden Zweihänder zu benutzen Alter Ich sage dir Spielen auf normal Lass mal wieder Alright Okay Weit hier lang Nach oben oder unten bleiben Rechts hoch Lass mich nicht schon wieder in der irgendeine Tür allein Lass mich nicht schon wieder in der irgendeine Tür allein Wo ist er Wo ist er Wo ist er Wo ist er Und jetzt rührt das gesamte Feuer auf das Stadenschiff was das Ding ist bewegt Oh Timor ich glaube du bist gearscht oder? Ne 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 Ich kann blocken Oh egal Nächste Knarre Komm her du Besser Ich mach dich Messer ja? Ach so Ok Treppe nach oben hier Ja Uhhh Uhhh So ein Klavier Was ist das? Hier Die euch auch ч Co Ch Parce Wow hinter uns Amal Lutz und Bambis, die verstehen sich. Er hat auch noch Kanat. Schön. Ich verschwende hier einen kleinen Scheiß, wie ich. Er tut es. Wow. Rechts um die Ecke liegt eine Knarre zum Verticken. Ist ja gut, Bambis. Besser. Hey, Sebi, ich hole auf. Touch yourself up. Ja, schön. Gleich ist jetzt ja ein Shiny dabei. Nach der erfolgreichen Runde. Ja, äh, genau. Weißt du, der züchtet nebenbei Pokémon. Kein Wunder, dass der ab und zu mal abhaut. So. Oh, ich muss mal ein Ei ausbrüten. Zack, schmeißt der hier eine Rauchbombe hin. Lutz-only, Ninja-Skill und so. Ja, weg bin ich. Weg ist er. Dann hängt er da aber ein bisschen across Map. App brütet sein blödes Mistding aus. Dann guckt er wieder. Okay. Ach so. Der Survivalist kriegt ja Body Armor dazu. 1% pro Level. Und Global Damage Resistance. Also ich habe 25% mehr Armor und 25% weniger Schaden auf, äh, Max-Level. Das ist schön. Schuink. Okay, wieder nach oben? Wieder nach oben. Da kommt, oh. Ich kann sagen, ich habe hinter der Tür nur so Geräusche gehört. Lass du mich schon wieder alleine? Nein. Wir laggen hier aneinander vorbei. Ach so. So, wo ist er? Wo ist er? Wo kommt er? Wo gehst du? Und der Zweite. Ey, mach doch nicht die Scheiß Tür zu. Ich schieße hier. Ja. Es ist ja jedes Mal, jedes Scheiß Mal, wenn man eben gerade die blöde Granate in die Menge wirft, steht einfach plötzlich um die Ecke so eine doofe Siren und schreit dir die ganze Hucke voll. Oh, fuck. Jungs, lass mich allein. Lauf weiter in den Brunnenraum. Lauf rum rum. Lauf drum rum. Da. Hier. Friss Stahl. Schmeck Stahl. Liebe den Stahl. Du willst zum Stahl. Okay, ihr knabbert meinen Kumpels nochmal den Sack an. Scheiß Bambi. Du auch Fresse halten. Du insbesondere Fresse halten. Ja, du auch Fresse halten, Mr. Grumpy. Kacke, kacke, kacke. Ich sehe nichts. Ich bin tot. Lutz, wo warst du eigentlich? Ach, ihr wart da hinten. Okay, cool. Läuft. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Hasse uns, aber wir leben. Hinter die Tür. Mach dir zu. Mach dir zu. Ich mach da letzte Bastion und er nur so. Oh, fuck. Komm. Er lacht euch schon aus durch die Tür. Sebi braucht Heilung. Der ist durch die Tür durch. Wow, noch einer. Nein, das sah nur bei dir so aus. Lutz, glaube ich. Der... Du lässt dich aber auch wieder top durch die Gegend kicken. Wie geil ist der denn einfach umgefallen? Zusammengesackt. Die sterben ja alle so spektakulär. Nicht? Ja, okay. Lutz... Lutz ballert schon... Lutz ballert schon mit der Chris weg durch die Gegend. Brr, brr. Ja, ja. Brr, brr, brr. Super. Genau so. Genau so. Ein Strahl aus Metall. Alter, das Schild gegen Boss? Mach, was du nicht lassen kannst. Ich bleib bei meinem Zeug. Oh, nehm ich das Sturmgewehr oder nehm ich mir die Scare? Was ist teurer? Beides gleich teuer. Hm. Die Scar ist eigentlich geil. So. Wenn der kommt, dann wird das. Skin. Guckt euch meinen Skin an. Oh, die ist echt sexy. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich stelle mich jetzt hier in die Ecke rein und mach wieder. Ey, Jungs, brauch mal Geld. Gib mal Geld. Gib mal Geld. Gib mal Geld. Gib mal Geld. Ey, du Schildfreak. Gib mal Geld. Gib mal Geld. Habt nix. Habt nix. Halt die... Du hast alles Geld, was wir noch haben. Kann mir jetzt noch einer hochheilen? Natürlich. Ich hab da zwar jetzt... Na, ich hab meine Medic-Knarre nicht mehr. Das ist natürlich doof. Also, bleiben wir hier stehen. Jawohl. Party! Ich halte die... Ey, kann das Schild die Rakete aufreißen? Ha, ha, ha. Nein. Soll ich's testen? Da ist er! Es gibt eine Aufgabe. Bitte nicht sterben. Also, ich mach hier einen guten Job. Ich hab ein Schild. Ich hab ein Schild. Hey, nicht wegrennen. Bei deinem Bastard. Feigling! Hast du schon gesehen, dass ja, wenn du... Wenn er wegrennt, kriegt er extremen Schaden, wenn du auf ihn draufballerst. Ja, Rücken ist super. Was glaubst du, was ich gerade die ganze Zeit abgeschnetzelt habe? Wo ist der Spacko? Unsichtbar. Da ist er wieder. Links. Ja. Achso. Scheiße. Oh, boah, ja. Crap, es gibt's. Der Bastard heilt sich schon wieder. Ja, bin da, bin da, bin da. Komm her. Oh, fuck. Na, komm schon. Ich brauch noch ein bisschen HP, Alter. Nein. Nein. Hey. Der verpisst dich schon wieder. Scheiße, so kriegen wir den noch nicht. Bitte Kloppe. Keine Sorge, Sebi. Der kann sich nur dreimal heilen. Ah, so. Wo ist er? Da ist er. Oh, ja. Oh, ja. Shit. Tolle Kanabe. Lutz, renn nicht weg. Ich bin hier hinter Viechern. Nein. Okay, ich renne hinterher. Ich renne hinterher. Nein, 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 nein. Wie gesagt, da liegt meine Waffe. Nein, 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 nein. Du hast überlebt. Du lebst doch, Timo. Ja, toll. 20 HP oder was? Lutz, hilf mir. Ich komme ja da. Ja, wo warst du die ganze Zeit, du Arsch? Ich stehe gerade raus. Rein rennen. Fuck, behinderte Sche... Ja, danke. Jetzt wird's scheiße. Ich habe 28 HP, Junge. Ich brauche jetzt ganz detaillierte Ansagen, wo der Bastard rumrennt. Hinter dir. Ja, super. Er kommt. Scheiße, Alter. Ich brauche Heilung. Er ist direkt hinter dir. Ja, super. Er ist noch näher. Er kommt, er kommt. Er geht die Treppe runter, er lädt. Ja! Also, Wachprobleme wirst du nicht haben, Timo. Die linke Wachen hier rum. Von Lutz und hier. Ja, super, ey. Come on! Was denn? Du Bruder! Nee, hey! Schieß doch! Schieß doch nicht durch die Wand, du Wichser! Er hat gelenkt, er hat geschiebt. Der Huren behinderte Bastard! Ich wollte mich gerade am Eilen! Er hat durch die Wand geschossen. Der hat... Zu hell! Durch die Wand! Geil! Ey, nur Blacklink und Korinat, du Arschwischer. So. Ich werde... Also, ich schiebe Lutz exzessives Verschwinden jetzt mal genauso auf den Leck, wie du es durch die Wand schießt vom Patriarchen. Ja. Ja! Genau! Und ich habe gedacht, ich kann mir mal den Spaß erlauben hier. Scheiße. Und immer noch nicht ganz länger 25. Ich glaube, es hackt. Nun denn, Leute. Liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Aber heute ist Ende. ITC ist raus. Das qualcosa Somit ist. Mh. Mh. Vielen Dank.